warum macht ihr mal auf was soll das ja es gibt doch schon ein bisschen mehr jetzt hin ha ha ja das hilft doch das sind open alone für mich dadurch dass ich halt auf dem auf linken ordentlich sie gut höre habe ich ein bisschen problem auf den biel zu fassen zeit ich glaube ich nur noch 20 prozent oder sowas auf dem ohr geht natürlich nicht bei dem gegner der anzuschläfern macht er immer gleich auf das ist scheiße ja ja und gleich noch mal level up noch nicht wir haben sich sicher pfian es ist ein bisschen der blub dass du dich mal hier ist noch mit der bettide kommt mal eben her bitte und man kann die däten wirk fiktig fiktig ist wie das habe ich aus das angriffen das soll ich eigentlich nicht egal nach dem fit ich bin schlecht ich bin einfach nur schlecht das gleiche 13 ap 7 offens 1 defense 1 speed 1 ok ich würde sagen mit 15 leuven hier dann sollte es hoffentlich reichen 400 hat ep das verdammt viel aber gar nicht wenigstens unterwegs noch ein bisschen die soundbälle zu trainieren mit das ist hypnopendalum das ist echt nicht schlecht das ding das hilft wirklich viel für laudy die die dienst nicht mehr bekommen komm mal her mr betty sind natürlich auch und hinten angreifen wenn das ginge aber naja geht doch der macht immer sofort auf das ist richtig scheiße jetzt habe ich den biet nicht mehr shit naja das musste irgendwann mal klappt ne irgendwie die 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 das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, wie schlecht ich bin, ne, in dem gamesystem, alter, ich hab hier noch, 1925 noch verloren, noch ein bisschen, bisschen leveled, na komm her, so ach shit, hm, okay, okay, sag doch, ich hab ein bisschen Probleme damit, denn auch kleinesseitig drücken und noch ein bisschen auf den Beat achten, das ist nicht gerade leicht, sag ich mal so, das ist echt nicht leicht, da mögt ihr vielleicht drüber lachen, aber, ähm, ja, für Leute, die, wie gesagt, ein kaputes Ohr haben und kein Taktgefühl, absolut kein Taktgefühl, für die ist das einfach nur der Horror, speichern wir eben kurz, gehen ein paar Level-ups, nicht unbedingt verlieren, so, okay, ich bin schon fünf in einem Stunden, das ist echt viel, na gut, nicht unbedingt für Beginn, wie verhältnisse, aber naja, ehem ... warte, eh Wärm, warum das denn ist aber mal ? das finde ich nicht gerne schön, danke, geht doch ... ich bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap irgendwie na gut das war schon wieder stark okay zwei kämpfe noch nach maus mehr dagegen ist doch das nicht schlecht aber war das so danke dass da das ist viel rein mit zeit noch die hygiene für die kanzel gebrochen ist noch mr betty komme her ich achte mal auf die falschen instrumente glaube ich dann beim beim zu schlagen das ist irgendwie naja der verfassen hp 8 auf in zwei q1 speed 1 mdf der präsent das ist gut okay ich habe das maximal und 38 ein level noch dann haben nicht genug und den nächsten gegen als überleben hoffe ich zumindest mal es ist nicht gerade schön hier warum mache ich das eigentlich so ich kann doch so rein so das reicht doch komm her ja das ist extrem schwer extrem scheiße ich weiß gar nicht die partie nennen soll nicht in die ganze zeit level irgendwie auch immer das maus immer ein bisschen bewegen fünf jetzt das leckte es kostet irgendwie so minimal gelegt nicht dass die musik anfängt zu lenken oder sowas ja ich mich an denen an den schluss mit der betty so hochleveln ich möchte mich verarschen spieler und darf da nicht sagen haben sie kein extra gebiet dafür ist erstellt oder was ja noch mal besitzen wir haben wir 90 die trotzdem heilen die schaden wir von harping kommt zu gehen mal speichern auch wenn wir eine will jetzt gemacht haben aber das ist mir wert mr betty und noch mal einschläfern bitte das ist der falsche takt den ich da wenn der gleich wieder aufwacht das ist richtig scheiße er hat man den schweren boss muss dann wohl markus ein bisschen was raus holen oder tessie oder wer auch immer eventuell noch später zukommt ich glaube es wird wahrscheinlich keine weiter zukommen gucken vielleicht chester oder fluffy also die beiden die jetzt in den neuen drücken wir mit dabei sind so ich bin vielleicht beim level up nein das ist ausspiel ein kampf noch ein kampf und ist der betty komm her dann bestellt er uns jetzt nicht ja ich glaube nicht ich glaube es nicht irgendwie treffen diese attacken die diese lämmer und attacken bei den von den gegnern das ist irgendwie komisch level 15 hp 8 auf und 2 defense 1 speed 1 sehr gut das heißt eigentlich jetzt können wir theoretisch eigentlich auch zum feed drauf gehen ich hoffe zumindest mal das level 15 reicht wenn ich habe ich das klitzeklein Problemchen nämlich etwas ja richtig nein ich kann dich nicht be- äh schon das ist blöd es ist etwas blöd dass er mir jetzt schaden macht das ist echt etwas scheißen dreck mann die hp hätte ich gebrauchen können tropfst du wenigstens was? nein natürlich nicht war ja klar warum sollst du noch was troppen ich gehe jetzt nur meinen die hot springers macht das keinen sinn oh mann so jetzt ähm was heißt hot springer können wir zu uns nach hause gehen also zu das dann nach hause gehen das ist eigentlich keine schlechte idee wo war das jetzt? das war unten Verse 1 okay auf dem. Hauptplatz. und dann nach links nach rechts tu pu 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 app .... stamm lumpsch projekt eigentlich im keller das da paradise so So. Danke. Und wieder ab nach oben. Und vielen Dank. Und auf geht's. Hrm hrm. Du 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 bahaba-双Thetically Valley Village. Western-Geneforest, No Sunset Cemetery. Mhm. Sunset Cemetery. Graves have never looked so zynic. No, some is loud. Dude. Mhm. 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 Und was geht jetzt schon wieder ab? Die Musik heißt NIE BROH! Pfff! Und der Herr? Käm. Ein Zombie! Das! Ggggggh. I'm... alive. Oh, und da kommt N weiblicher Zombie! How! Ghhh. Didn't I die? MM Hahaha. das ist wie eine gute gibt noch ein Fütterzombie, na super oh my guess that you duster, my how you've grown, why there's so much of you that I could eat for three days and three nights and still have leftovers, ge, 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 a zombie man and it's caught suddenly attacked, okay, hypo-hypnopendalum being s, das ist sehr gut, ich greife mir erstmal die an boop boop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5 oh gott ich dritte mal, ist es schon schnell ach es habe ich falsch angef90, scheiße die machen doch schon ordentlich schaden noch es ist ja auch noch wach treffend barb truppe lebelling sind das ist gut schlaft bitte noch ein bisschen danke sport muss gegen stellen wir nicht sehr viele nach gott ich trinke immer zu schnell ich will immer zu schnell drücken ja das okay jetzt kommt der nächste nach das ist nicht so schön das ist so ein einfacher und muss nur und ich krieg dir selbst die nicht weil ich immer zu schnell drücke so viel schaden machen die erst zum glück nicht mehr du kannst noch einschlafen bitte danke das sieht erst wie ein thompeat und daher soll die vielleicht langsam mal heilen ich glaube das wäre angebracht ich glaube ich ganz eingemacht danke den schaden das ist doch kacke making a sound das gibt es doch nicht warum komme ich immer aus dem takt sondern die schalte nach tod ok sind nur noch zwei stück das ist ja auch noch wach geht die kotze und pendulium das chef noch mal bei der einfache ich finde das ja was irgendwie bei der einfache ich gar nicht so schlecht da können ich beide nichts mehr machen das ist auch ein aufgewacht ich dachte schon nicht dass ich es an dem verrecke 400 erfahrung wo alter und kann ich muss unbedingt weg 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 ich bin so schlecht in diesen soundbettel ich bin ich schlecht es ist immer feierlich mark was hat die bestimmten 16 der kompo nach der anderen auslaufen abgesehen davon dass die gegner viel zu schnell gestorben werden ist wahrscheinlich ich gehe es noch mal schnell schlafen und damit ich erst mal was trinken gott nebenbei nämlich jetzt aufgestoßen das sind das übernehmen zeit habe ich noch zehn minuten mehr ich will ja sagen ich gehe noch schnell schon speicherfrosch denn ich habe eh den aufgenommen das heißt ich habe wahrscheinlich ungefähr eine stunde viertel oder sowas aufgenommen und den rest wird dann telsen machen dürfen ich frage sie einfach mal dann wenn die parts freigeschaltet sind begrenzt sind oder so ob sie dann aufnehmen möchte in der zeit wir sind dann das nächste mal bei let's play to cover 3 auf wiedersehen leute auf wiedersehen bitte 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 bitte